So, das wird mal ganz kurz eine kleine Aufnahme. Ihr seht, dass nichts zu sehen ist. Das heißt, ihr seht ein schwarzes Bild. Ich lade euch wirklich nur ein Black-Bild hoch als kleines Video. Da gerade irgendwie der Stream eigenartigerweise geendet ist und ziemlich behindert war, ich werde morgen mitfahren beim Mega-Chaoten-Konvoi. Ich werde mich allerdings absichern lassen. Das heißt, ich werde gucken, dass ich während des ganzen Streams einen dabei habe, der, ja, man kann ein bisschen unter Kontrolle hat. Tipee-Stream ist komplett eliminiert. Das heißt, ihr könnt absolut nicht donaten bei mir. Und warnt bitte alle anderen vor so einen Arschlöchern. Tut mir leid, dass ich gerade während des Streams noch ein bisschen beleidigend geworden bin. Mir waren es nicht leid, aber irgendwann ist man ziemlich aggressiv. Ich werde gucken, dass ich die Bilder, die ich habe, zusammenschneiden lassen kann, als Video hochladen kann auf diesen Kanal. Es wird hier weitergehen. Allerdings werden wir keinen Tipee-Stream oder sonstigen Scheiß mehr verwenden. Es tut mir leid, dass wir da jetzt so krass reagieren. Aber ich lasse mir mein Baby nicht wegnehmen. Mein Baby ist YouTube und, sorry, aber von so einem Arschwichstern lasse ich mir das nicht kaputt machen. In diesem Sinne, ich tut mir leid, dass ihr jetzt wirklich nur ein Blackscreen habt und um ein Dope-Cookie zu lesen habt. Aber ich dachte jetzt, okay, ich mache jetzt kein Spiel an oder sonstiges, um irgendwas zu sagen. Morgen 18 Uhr treffen. Ihr wisst, was abgeht. Und wir sehen uns dann. Haut rein. Schön mit.